Die nächste Sturmflut kann kommen. Der Deich zwischen Bar Pelasil und Dangast ist sicher, sagte Jochen Mayer, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Umwelt des Landkreises Friesland, als untere Deichbehörde und erklärte den Teilabschnitt für schaufrei. Das gilt insbesondere für Dangast, wo die Sanierung der Ufermauer am Kurhausstrand nach dreijähriger Bauzeit beendet ist. Dort wurde die Spundwand des über 115 Jahren alten Bauwerks auf 250 Metern erneuert. Auch seien 40 Pfosten des Geländers erneuert worden. Der historische weiße Handlauf besteht nun aus insgesamt 185 Pfosten, die unter dem Namen Dangast hergestellt werden. Als letztes wurde die Treppe saniert, die beim Orkan Zawa im Dezember 2013 abgesagt war.